hey hey weiter mit crown wars ich denke wir haben heute schon mit kapitel 1 fertig wird also potenziell eine kürzere episode wir machen die mission aus dem ersten eindruck die habt ihr da dann also potenziell schon mal gesehen nur überlegen ob in der schmiede nicht noch die rüstung für die kreuzfahrer anwerfen das sind immer noch mal drei punkte leben obendrauf und die rüstung für die bestien bändiger wird sich auch lohnen die kreuzfahrer sind ja die die am ehesten ich hätte gerne immer ein alchemisten dabei ein bestien bändiger und einen kreuzritter danach können wir mal weiter schauen es werden ja irgendwann mal sechs leute in der party aber bis dahin wird das soweit unsere ausrüstung sein die sehen nachher ziemlich cool aus die rüstung hier hier kriegen wir langsam ordentlich platte oben drauf aber ziemlich cool ist ein bisschen geflunkert die bestien bändiger und die alchemisten rüstung ist so eh weil das wieder so viel natur und tierzeug ist also mit federn und knochen und so ja die duellanten rüstung kreuzretter rüstung und schinder rüstung sind schon sehr cool die frage ist halt wirklich verbessern oder nicht wir können ja in act 2 noch eine ganze weile rumhängen bevor uns irgendwas komisches passieren sollte ich denke wir können also die kreuzretter rüstung definitiv verbessern 12 tage heißt für die aktuelle mission wird das wahrscheinlich nicht mitgenommen werden außer wir haben die zeit dafür und wie weit ist das sechs tage 123 56 und wir haben die zeit ja gerade ich wüsste zumindest nicht dass irgendwas schwieriger wird wenn wir da oben jetzt einfach zeit verstreichen lassen wir müssen ja sowieso jetzt unser team losschicken dann wunderbar gefährten aussenden gut ich hätte gerne mich natürlich hoho dann bin ich mir nicht sicher ob halstein oder das ziel ich glaube ziel hamilton weil ich mir ja nicht sicher bin wenig von den beiden grad cooler finde und dann hätte ich tatsächlich gerne sie gehört mit dabei wir haben zwei schwerter haben eine wurfachs und eine armbrust ja doch ich denke 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 ich nehme auch hier noch ein zweites mal heilung mit damit ich so viel heilen kann wie geht so gut fragen wollen wir mal gegengift rein weil wir glaube ich nicht vergiftet werden richtig wir haben jetzt schon die große rüstung gleich noch mal nachgucken wie es sei denn jetzt mittlerweile aussieht weil der kann jetzt auch neue klamotten anziehen gefährten aussenden schauen wir also gerade mal kurz rein so ja erscheinung postpanzer 1 2 hat sich nichts getan na wir können es den kleinen schild vorne dran kleben schade dass da das logo nicht drauf ist dass da dauerhaft nicht drauf wirklich schade ähm okay wir können ellebogenpanzerung jetzt mit dran machen nice aber auf beiden seiten weil warum nicht so und wir können die kerle jetzt an den oberarm machen ja ja dann lassen wir es doch so fascha hat sich nichts geändert sonst nein ein kleines rotes ledertächtchen rosen gibt es auch nichts wir können die knieschützer abmachen so wenn wir so stehen linkes bein vorne ist aber der schild mit dran gut lassen wir es einfach mal auf synchron so hat man gar nicht so ein schild mag ich auf jeden fall schultern müssen wir mal nachgucken neuer helm 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 kenn ich das ist der neue bisschen mehr nase der müsste auch neu sein da kommt dann aber noch ein gesichtsschutz dran hm okay und der ist sowieso also der ist nicht neu aber den kann er tatsächlich eigentlich anlassen er ist von dem vorbesteller ding na dann schicken wir die jungs mal aus was wie du das hast du angestellt aus der rüstung geforscht aber das weiß ich doch na dann auf auf kann er oben auch gedrückt halten glaube ich so heute dürfte die cutscene sehen letztes mal habe ich es übersprungen der mysteriöse nicholas hat dich darum gebeten die friedensverhandlungen zwischen den französischen und navarisischen abgeordneten diskret zu beschützen ei ei schlacht beginnen well do you have news from the navaris no madame still none perhaps this attempt at peace is pointless if they don't arrive soon we'll move out and tell the dauphin that charles de navarre wants to continue the war na dann befreien nun mal die ladies da unten wir machen es einfach genauso wie im ersten eindruck auch wir parken mit unseren fernkämpfern hier oben ein keine möglichkeit dass irgendwer trifft doch wir packen unsere nahkämpfer hier unten ein stampf 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 so wir schießen ganz gemütlich auf den kerl da mit overwatch und dann sind wir gleich auch schon im spiel einmal einmal und overwatch zweimal und der rest macht pause was bringt das hier defensiv haltung reflexe verbessert so irgendeiner von denen wird sich wohl hoffentlich bewegen und meine jungs sehen nicht müssen wir eröffnen oh nein gegner wir sind aufgeflogen und ausgewichen der hat also auch irgendeinen schlag kassieren wollen okay bär was im penner da mal ein paar dann machen wir unseren multi angriff sehr stark 3 bis 8 ist mir ein bisschen zu dünnen den kann ich leider nicht von hinten hinten angreifen nur so komisch schräg von der seite aber besser wie nix schätze ich zipp zipp sehr stark bär nicht besonders stark so wie weit läufst du denn blau bis da hoch das ist schlecht na dann ich sage rennst du mal bis da hoch oder wie machen das hier am besten hier kommt da niemand nach den können wir hier schön gemütlich hier rein stellen als ziel der hat sich absolut nicht in der kontrolle der sebeer wir können den da oben taunten ja sehr gut aber ich glaube ich bin ein bisschen zu schräg von den dem 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 wieder nur vier punkte schaden oder sowas nicht fünf punkte ok darf man einfach was der typ da nicht schießt ich weiß nicht also in der links hatten sie ja nicht geschossen im ersten eindruck richtig als kritisch na dann wir rennen schon mal darüber da kommt ja die erste welle normalerweise das kann ich doch nur hoffen er ist schon als angriff von hinten 95 prozent hat nur gerade nein tut es nicht haben wir kleiner bogen schütze gut bär befreie nun mal die lady natürlich absolut kein problem so best sind die man nicht er geht es nicht so gut bär hat gerade zwei runden schaden genommen bild mit den schaden über zeit wieder sie berechnet wird so die beiden müssen danach runter springen das heißt sie schießen die katapulte für uns einmal ran mit dem bogenschütz müssen wir schauen jetzt wo ich weiß dass die schinder ein gegenstand benutzen dürfen oder ein schütz ohne dass sie das punkte kostet die vielleicht tatsächlich keine schlechten eröffnungs charaktere also öffnung dahingehend kommt nie weit genug öffnung dahingehend dass die ja dann eine gegnerische gruppe pullen können und ich mir gedanken machen muss na dann kommen sie mal rein in die karte was seine elite seltener wir sollten auch jemand mit dem zweihandschwert mal ausrüsten der umhang mein kerl so fangen wir mal an fehlend ja die haben halt alle rüstung nicht große armbrust alles widerstanden sehr cool trümmer regen macht verlangsamung nicht wir haben den bogenschützen mit dabei den sollte man auf jeden fall töten bevor der uns ärger macht er schießt ja auf uns das kann ich zulassen verletzbarkeit macht was genau hilfe meine gegner sind verletzbar verwundung verbrennung verzweiflung verlangsamung verletzbar die einheit kann keine aktionen ausführen sehr leid an malus von 20 prozent okay das heißt er liegt am fußboden ja der cool schätze ich zipp und weg gut ob wir das jetzt wollen oder nicht wir können diese runde nicht mehr schießen das wir können potenziell auch schon mal nach unten runter steigen er jetzt ist nicht die zeit um los zu rennen gelb reich aber trotzdem bis hierhin der dreck sagt an bar wer hat unsere hand stellen er hier oder ja dann bieten wir uns mal an würde ich sagen so du bist auch ein nahkämpfer hier nicht ab sie oben gut dann auf auf ihr gegner so wenn er jetzt unseren tank angreift weiß ich in etwa was ich mit der ki anzufangen habe die greifen tatsächlich die an die am nächsten an ihnen dran sind was wieso durfte der noch mal er war nicht im blauen bereich er war im gelben bereich oder 100 prozent das so angenehm er noch an der boge schütze schütze netter exe kühlt über den schild geietet dann stehe ich mir einmal ordentlich in den rücken mit leichte beute 100 prozent wo fachs wo fachs wurf bär bär exe q da ist so ich flitz schon mal los in die richtung da die anderen gegner kommen wir von da ich glaube nicht dass sich daran was geändert hat eine runde schöne sache so ans katapult dann leiten wir die gleich um den blödsinn machen du kannst so weit laufen mein kerl das dachte ich mir dass du es fast bis zu hoch schaffst wir müssen ein bisschen besser auf die gegner mit den drei aktions punkten aufpassen die sind ja fast so gut wie unsere leute aber sonst bin ich mir jetzt eigentlich ganz zufrieden außer die sachen mit den dort aber hey giftet potenziell was gegen trinken oder gut jetzt ist zu spät dann müssen wir gleich halt noch mal heilen feuer frei aber denn die haben keine schützen mit nein du da stehst ziemlich im offenen oder katapult wenn die gegner vergiften ja großes projektile kann die gegner voll langsam können aber auch den kerl hier einfach drauf blasen also mal langsam dann kann ich sie hier vorne gleich rerouten mit meinem pech sobald sich noch mal eine runde bewegt haben vielleicht kriegen wir es dann hin dass wir nochmal mit den dingern hinschießen dürfen zwar immer mit den belagerungswaffen wir natürlich cool wenn man so viel schaden wir können der bär bleibt mal da unten genauso wie der crusader er sieht schon so aus als wäre ein wesentlich wichtiger charakter als er ist gute entscheidung bis jetzt was ich da sehe ja das war nicht so clever gut lenken wir den da mal um er dreht jetzt hoffentlich dann schauen wir jemanden erschießen können sehr stark dann haben wir gleich nämlich dann ballisten action bereit hier hier wohl leider noch nicht wie weit läuft sie denn jetzt aktuell gar nicht ist doch geflogen gehört okay pass auf wir blocken hier oben einfach ich glaube nicht dass sie dann überhaupt hier hoch dürfen den bären ziehen wir eins zurück und dann lassen wir uns mal überraschen von dem was jetzt hier passiert er hat sich nicht die mühe gemacht woanders hinzugehen wir können mit den ballisten darunter schießen ja ich denke schon wo noch mal vielleicht nicht weil wir soweit nicht also weil wir es nicht einsehen können das sind aber viele zee brocken da unten ach ja das geht er greift nicht bis nach der unten an das heißt wir können die tatsächlich bis hierhin kommen lassen was geht das denn zusammen und ich schätze unser bär wird leider sterben müssen guter angriff bär guter angriff ich meine böser bär böse bär du machst mir ein bisschen angst der grund sehen wir mal an schießen ist halt leider erst mal rum das heißt ja da kann auf jeden fall zu see bär hin marschieren na gut ist wie es ist das verträgt ihr absolut gar nicht was wir gerade mit der machen hier ist das liegt rum gestehr an der leiter hier meine ich wir legen dann los letzter gegner da können bisschen improvisieren sehr cool doch doch die wurden nur gefangen genommen ja das königliche abkommen was hat er denn diesmal erhöht die kritische treffer chance von schindern okay nicht unbedingt ganz das was wir bräuchten wir haben eine ganze party stufe drei wir haben hier armbrust und schwertbeherrschung story time das ist der französische könig okay hey mein intro bild was denn für bemühungen wir kriegen den krieg schon noch unter kontrolle wunderbar naja warum verhalte die einheiten die du in schlachten fängst was jeder gefangene verleiht ein oder mehr effekte behalte soll aufschirm stehen ja b und v sind direkt nebeneinander klassischer move na gut wir sind dann jetzt offiziell in kapitel 2 schon alle glaube ich auch irgendwo stehen wir schauen gerade mal kurz glaube im retter saal steht das wenn ich oben auf kodex gehe nein wir sind immer noch in kapitel 1 ist das so ist das so na gut dann habe ich mich da wohl ein bisschen geirrt ich dachte kapitel 1 wäre dann hier schon offiziell vorbei schließe die schlacht die eroberung von saumata ab okay und dann sind wir raus aus kapitel 1 schätze ich was okay mysteriöse nicholas hatte ich gebeten handgebiet von paris zu treffen während die englische armee das gebiet plündert hat versprochen dich darüber aufzuklären was wirklich vor sich geht okay die kommen immer noch zurück sechs tage lang oder auch nicht los bewegt euch hier gehen jetzt mehrere neue missionen auf kampf wäre ganz cool sieben tage wie lange brauchen wir bis dahin weitere sieben tage verfügbar reisezeit von zehn tagen cool danke für nix spiel die mission können wir nicht spielen selbst wenn wir das wollen na dann wir haben ein paar neue söldner die noch level ups haben instabiles können erhöht die feuerflächen erhöht den wirkungsbereich von säure deine heilflächen verleihen heilung ja das hätte ich gerne heilung wir können es kurz nachgucken ist 15 prozent heilung genau am anfang vom zug das heißt ich werfe jetzt die heilflächen für 25 prozent und die geben dann nochmal 30 prozent obendrauf ziel lassen wir bei dir in richtung oder beobachtung wir sind es ein falken aus um das schlachtfeld auszukundschaften ja aber das hier ist schaden nicht benutzt die schwäche deines ziel aus erteilst einen tödlichen schlag der anguss automatisch ein kritischer treffer wenn das ziel blutung vergiftung oder verbrennung erleidet deshalb der spaß mit ähm den einhandexten ja bei vergiftung können wir auch mit dem dolch machen na gut hoffen wir dass hinrichtung auch für fernkampf gilt ansonsten wird es knifflig was ist denn hier der zweite du greifst dein ziel an du hast es im gleichgewicht zu bringen verursachst schaden das ziel ist gezwungen dir den rücken zu drehen kostet uns 100 gold dauert acht tage ja hm noch nicht sicher wie ich die waffen gerne verbessern würde hamilton du bekommst auf jeden fall in bunds du erhältst an deiner fremdigkeit fest du heilst dich und erhältst hast hast das plus zwei bewegung also auf jeden fall tank fähigkeit so oder so wie gut ausbilden am schwert bringt uns was du erhältst zähigkeit eh brauchen wir jetzt gerade auch nicht unbedingt gerissenheit erhöht eine kritische treffer chance wenn du von hinten angreifst parade du erhältst bei jedem angriff der dich als ziel nimmt einen bonus von 15 dieser bonus erhöht sich auf 30 wenn die einheit die dich als ziel nehmen keinen positionierungs bonus haben ok also 30 mehr ausweichen von vorne ja das schwert gibt ja auch nochmal ok ok der wird dann relativ zäh der kerl die frage ist ob wir wirklich den deutsch behalten sollten oder ob wir uns nicht so ein bisschen ein off tank macht ja wir überlegen dann nochmal sonst hat niemand mehr ein level up gehabt dann schauen wir kurz hier die leute nochmal durch da können wir jetzt auch ein paar schultern dran machen erstmal die ellbogen das ist die einzige die wir haben das sieht doch gar nicht so uncool aus hellen brauchen immer noch nicht hier hätte ich gerne das linke ja so und du bekommst auch noch deine ellbogen auf jeden fall schulter hast du ja schon eine ach stimmt ich habe den kleinen schild ganz vergessen den braucht ihr natürlich auch noch die gute ferron weil der ist nämlich super cool der kleine schild okay hätten theoretisch noch zeit für eine mission wenn ja akt 1 anscheinend nicht vorbei ist jetzt mit dem quatsch hier schon wir haben glaube ich nicht genug metall um irgendwas zu machen wir könnten hier reingucken nach waffenachs telebade wurfachs wir können die wurf wechseln was bringt uns das ein punkt schaden ist wie dnd ja plus eins schmiede markt kapelle ja wir müssen theoretisch alles verbessern und wir können 155 ok holz brauche ich die ganze zeit eine menge holz 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 ja da können wir nicht hin in der zeit reisezeit von zehn tagen wie langweilig das geht hier viel fangen zehn weitere tage schwer lang haben wir hier drei zeit und fünf tagen das heißt wir können 12 was haben wir hier kampf schwierigkeit leicht spüre alle gegner auf und vernichte sie ist nur leder und gold es gibt leder und holz ich weiß nicht wo der unterschied zwischen schwer und leicht ist aber das würde ich mir lieber erst noch mal anschauen dringende angelegenheit verlangt an aufmerksamkeit die aufgabe ist es eine wichtige person zu fangen und sie lebendig in unsere domäne zurückzubringen nicht einmal die abgelegensten orte können dem krieg entkommen sind ein kleines dorf einmarschiert viel glück würde ich jetzt sagen wir schauen uns das mal an hier steht aber nicht dabei welche schwierigkeit das ist also welche wie gut meine leute dafür sein sollten na dann packen einfach ein paar leute da rein wir nehmen einfach die besten mit was soll dann schon schief gehen bedeutet würde dahin mitgehen werden ziel mitnehmen jemanden fangen jemanden fangen wir nehmen pferron mit und wir nehmen unseren bogenschützen mit das sind jetzt aber drei fernkämpfer nur bei haben den bären noch mit dabei eigentlich brauchen wir nichts von dem ganzen kram hier haben wir den bogenschützen haben können wir die giftgranate mitnehmen zur eröffnung wir brauchen ein paar fesseln wir wollen ein paar fesseln wir wollen jemanden gefangen nehmen zweimal balsam der rest von euch hier kann gegen gift und so ein quatsch mitnehmen wir bräuchten mal ein paar bandagen im zweifelsfall nach was gefährten aussenden was machen wir denn mit der kampfmission hier lohnt sich das denn für uns haben wir denn leute da dafür haben hier dago wir hätten hallstein wir haben müller dann können wir sie gut noch mitschicken das müsste doch reichen für eine kampfmission was auch wenn ich nicht weiß ob das gut ist dass sie zwei damit bogen kämpfen weil die bögen ja gerade nicht so gut sind na gut du bekommst die anderen beiden balsamflaschen dann verteilen wir noch das gegengift und mehr haben wir dann halt leider nicht für euch was ihr jungs na dann macht ihr auch mal los vertreiben der rücken aus natürlich keine ahnung wie schwierig das hier unten wird mit ziel fangen wir schauen uns einfach mal an was soll schon schief gehen außer dass alle sterben ring der angelegenheit ja schon gelesen fange das ziel mit uns eingefährte muss mit fesseln ausgerüstet sein so da ist er 17 runden bis niederlage wir haben hier okay gelehrter doktor altgedienter nachsteller das heißt er ist ein bisschen stabiler als die anderen schätze ich drei armbrust schützen aha gut laufen sollte wir können ich weiß halt nicht ob jetzt hier dann auch gleich noch eine armee mit dazukommt oder wie das ganze normalerweise ist wir finden es wohl heraus was müssen ein bisschen aufpassen dass wir die nicht zu früh aufwecken da vorne der bär hat also auch mehr gesundheit gekriegt durch das level ab der hatte ja vorher nur 20 oder sowas so stehen aber recht kompakte jungs hat die haben jetzt auch einen bären mit dabei wegen dem ist master ok gelehrt doktor gelehrt ich gerne mal davon aus dass der gelehrte offensive dinge benutzt verstärkung in drei runden ok waren damit uns eine runde bis wir hier loslegen können also wir wollen verprügelt werden wir können die scheune reinkommen aber ich denke wenn hier einfach frontal angerannt kommen so weit ist meine idee dann können gleich die krähen füße da reinschmeißen dann können die mich ja alle mal da drin was bei deinem tier hier in richtung grad mal dann geh noch eins weiter vor ist halt hässlich wir müssen jetzt in einem rutsch hier nehmen wo der bewegt sich wusste nicht dass sie sich bewegen müssen jetzt in einem rutsch hier nehmen ansonsten wenn du das hässlich werden hier mag ist wie wecken wir die auf am besten giftgranate bringt uns alles nichts so wie der hier steht wir können von hier aus überall nur den bären treffen das ist auch nicht unbedingt so premium echt in der schuss teildeckung deckung wird zerstört das wäre nicht schlecht das problem ist halt dass wir gerade überall dann schlecht stehen wir könnten das hier mal in das hellscheinen raum sinnvollsten dann werden die ausgelöst und ich kann danach neu justieren und die laufen alle in unsere richtung weil er die von da aus getriggert hat das ist ja fast schon ein bisschen schlecht für die die verstärkung wird hier aufschlagen und ziemlich verprügeln ich glaube nicht dass wir da viel machen können was haben wir denn mit dem blöden bären hier ist ja jetzt schon lästig 30 auf einmal dahinter grausamer bis stich schaden teamarbeit kann verspottet bewirken das ist ein höhenvorteil so er hat ein teamarbeit an gut der ist verspottet dann kann der jetzt noch nach da laufen der bär muss unseren bär angreifen und der macht jetzt noch abgestimmten angriff auf den bogen schützen da und kann ihn hoffentlich noch umbringen nicht ganz nicht ganz aber haben es zumindest versucht gut dann weiter im programm die beste position für den das ist wenn er den bären gar nicht angreifen kann weil er nicht an den bären dran kommt wenn ich mich zum beispiel dahin stelle könnte es hässlich werden für den gut das ist mir alles ziemlich egal ach dass wir noch ein armbruchsschürze uff 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 das ist unser vorteil um stechenden schuss es wird einfach nur teildeckung mit zerschossen ja und das alles und die zwei sind dann schon mal beschäftigt ja hat ein extra punkt der könnte also theoretisch auch bis hierher laufen außer wir versiffen das hier jetzt alles dann läuft er nirgendwo hin gut was bist du ein doktor heißt ich habe keine ahnung was er macht und dann lassen wir uns mal überraschen was jetzt so passiert heilfläschchen okay damit hatte ich irgendwie gerechnet bei einem doktor so der bär muss unseren bären angreifen der typ da kann ich viel anderes machen als unseren mann anzugreifen ja okay oder er kann doch was ganz anderes machen na dann weiter geht's weiter geht's in richtung macht was wenn das ziel blutung vergiftung oder verbrennung erleidet er kann da nichts von machen wir müssen bis dahin und da noch ein punkt übrig haben das kann alles schon hässlich hier sehr stark bär dann einmal in den schleim so weit fliegen die wurfechse nicht haben dann vorteil von hier aus weil er den von da aus in den rücken wirft ja zwei punkte schaden ready to go ready to go tc der jäger da sieben sechs drei bis sechs fünf brauchen wir das ist wenig das war doch nicht schlecht er ist der einzige dass ich noch schaden machen kann ja so problem ist aber dass der da jetzt machen kann was immer er will und das wird nichts gutes sein vor allem weil die beiden da in reihe stehen wenn die ki clever genug ist haben uns grad ziemlich doof hingestellt das tut dann jetzt weh das tut dann jetzt weh da ist schon mal die verstärkung ganz toll die ki war wohl nicht clever genug um davon zu profitieren gut wir müssen die nette person hier dann wohl gefangen nehmen 30 prozent das heißt wir müssen ein bisschen da drauf knüppeln ja da oben kann ich nicht auf den schießen warum und da aber wohl schon na dann gut schmeißen wir einmal den hier runter so fünf das hat jetzt irgendwas gebracht 38 prozent okay so bär du kümmerst dich schon mal um den da bitte nicht langweilig wird 13 runden ist dünn gut einmal taunt auf jeden fall bonk 45 prozent uff 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 wird es dann langsam besser oder 56 prozent cool 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 jetzt 75 gut die müssen wir nehmen oder auch nicht aber wir hatten ja sonst eh nichts mehr also cool die sind schon da dann heilt sich selbst hier kommen bogenschütze rein doppelaktionspunkte bogenschütze nicht so geil mal heilung darunter 86 prozent was soll das denn ich kann nicht einfach so tot schlagen wenn ich die kritte ist sie doch hinüber 93 wenn ich die kritte ist sie doch hinüber ich spüre alle gegner auf und eliminiere sie das heißt keine evakuierung sondern wir müssen die da jetzt alle noch umbringen in zwölf runden ist fair aber ich meine müssen die dann jetzt alle noch umbringen nicht so einmal füße in die richtung da damit der bogenschütze da nicht auf dumme ideen kommt wie weit läuft er er ist halt hier der anführer nicht altgedienter bogenschütze und wir haben noch bretonische beteiligen die habe ich doch gerade erst gefangen genommen genau derselbe charakter ich mein keils halt da hinstelle dann sieht der gegner die bogenschütze den ja nicht ich bin jetzt mal fest von aus ja ich glaube du überlebst das mal wieder nicht kann halt nichts machen du kannst aber schon mal ganz gemütlich da reingehen gleich von da drinnen arbeiten dann kannst du vorgehen bis nach hier wirfst den da tot und versteckt sich danach in der hütte nicht cool bär nicht cool so was wird man eingeschläfert so den würde ich mal hier oben stehen lassen dann gucken wir mal wie die sache hier die sache hier anläuft der kommt ihr auf jeden fall hier in unsere richtung er dreht oben weil er nicht in die keltrops will die ki ist da gerade ein bisschen sehr berechenbar was cc angeht da haben die gar keinen bock drauf wenn ich da jetzt noch pech hin werfen dann kommen die wieder nicht her gut bärli du müsstest den typ da dann mal belästigen denke ich so stelle ich mal hin einmal patschen dann abgestimmter angriff könnte von hier aus machen oder 45 prozent ist dünn wenn er nach hier läuft müsste der doch einigermaßen in deckung stehen was die andere seite angeht schön kred verpasst nochmal ne 8 von vorne drauf läuft bei den beiden was machen wir hier die beiden da sind nicht wirklich anschießbar aus wie weit läuft sie denn wenn ihr da durch wollt schwierig schwierig na gut machen wir einmal da überwachung einmal von hier überwachung gehe davon aus dass sie her gelaufen kommen die stellen wir hier hin damit du tanken kannst dann hoffen wir mal dass sie sich zeigen ok die haben immer noch keinen lust sich her zu bewegen ja ist zu weit für die wurf wachst wollte ich gerade sagen das müsste doch funktionieren dann schicken wir den bären rein damit der hier der verteidiger den bären angreift soweit der plan einmal mit der pranke drauf jetzt zack guter schaden aktuell könnten wir tatsächlich auch einfach da an unseren gerl da drum herum schicken aber wir können die sachen natürlich auch vereinfachen indem wir da pech zu dem werfen wenn wir so weit kommen der bär da ist ziemlich am chillen nicht hat er nicht gemacht kein deutschland ok schau mal ob die ki sich nochmal veräppeln lässt wenn wir jetzt hier pech hinwerfen was macht er dann was macht er dann nix geht durch die andere richtung ok mal doppelt ausweichen und greift tatsächlich an au immer die kritischen treffer von vorne gut gut also jemanden festnehmen heißt einfach nur dass wir da hingehen gegen eine gruppe kämpfen oder nach gegen verstärkung kämpfen ja ja na dann na dann wir hätten einfach umdrehen können auch oder nichts widerstanden komplett zusammenschießen bitte alles was wir haben ein cr hund da kann ich mir jetzt einfach vorstellen wie viel unser verteidiger aushält so schauen wir ob wir nicht einen armbrust execute hinkriegen leider nicht easy wir haben ein klein wenig schaden genommen erhöht die rüstungspunkte deiner bestienbändiger schön wir haben ein klein wenig schaden genommen aber das sollte sich ausheilen gut gut zweimal stufe 3 noch mit dazu ketonische verteidigerin bestienbändiger rüstung na dann haben wir kein metall was könnte denn noch upgraden wir können aber einfach metall kaufen was würden wir denn nur gerne upgraden die kaserne schätze ich kostet uns nix haben wir alles da na dann was kostet uns markt upgrade 100 metall klicken wir dann mal durch so kaufen upgrade auf 500 holz ist grad nicht da erst gucken dann kaufen was das labor ist schon stufe 2 was kostet uns der bessere balsam 500 gold 300 leder 16 runden schön dann läuft das hier grad alles langsam und gemütlich an und wir sind dann fertig für die episode hier dann wie immer dank fürs zuschauen liken und abonnieren nicht vergessen Kanalmitglied werden und nächstes mal machen wir dann level ups und kümmern uns um die restlichen leute hier ciao ciao und 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 und